So, hier habe ich diesmal so eine billig Softair Pistole, die nennt sich Hammer Elite 0,5 Joule 6 mm. Da habe ich mir gedacht, die muss ich mir einfach mal kaufen, weil ich gerade bei dem Händler bestellt habe. Und ich wusste, was ist das für ein witziges Ding? Oh mein Gott, was ist denn das für ein Ding? Auf dem Bild sieht sie so mega aus und wenn man sie in den Händen hält, ist es genau dieses Ding hier. Oh, man hat sogar, oh man hat ein Magazin. Man hat ein paar Kugeln dabei. Das müssen wir doch gleich mal versuchen. Die ist so qualitativ hochwertig, diese Wumme. Die hat, wie man sehen kann, fast die Originalgröße. Okay, ich weiß nicht, wie ich sie laden soll. Ich habe zu dick, zu wurstige Fingerchen. Das Problem ist, ich würde sie ja gerne hier dran runterziehen, ja. An diesem Pinöppel, der aber nicht da ist. Verdammt. Okay, eine Kugel muss reichen. Oh Gott, die Kugeln alle über den Tisch. Und dann laden wir das Ding. Bäm, Junge. Und jetzt schießen wir irgendwo gegen, am besten in die Richtung. Oh, okay. Oh, es schießt sogar, vielleicht erst beim zweiten Versuch, aber das Ding schießt. Aber das ist so mickrig, das reicht. Für meine kleinen Fingerchen ist das sogar schon viel zu winzig. Äh, was soll denn das? Man kann sie einfach, man kann dieses Ding nicht laden, weil man nicht drankommt. Weil man an diesen Pinöppels hier nicht rankommt. Ich kann doch nicht jede Murmel hier einzeln reinladen und einzeln schießen. Was soll denn das? Ach, Baby. Okay, das Ding hat 2,90 Euro gekostet. Und ich muss definitiv sagen, er schießt nie beim ersten Mal. Er schießt auch nicht beim zweiten Mal. Und er schießt auch nicht beim dritten Mal. Er leckt mich doch fett. Äh, okay. Hm. 2,90 Euro. Aber, ich sag mal, ich will, ich will jetzt nicht kritisieren. Man kann für 2,90 Euro ja nichts erwarten im Endeffekt. Das kann den Müll, das kann den Müll. Die Verpackung sieht ja wenigstens schon mal schön aus. Und dann Rayline Soft Air Guns. Auch die Verpackung sieht schön aus. Aber, diese Wumme ist, ich weiß nicht, ich kann nicht. Ich weiß nicht. Das ist einfach nur vor Gebrauch bitte unbedingt Besen. Klar, aber auf wen soll ich denn damit schießen? Damit kann ich auf niemanden schießen, weil dieses Ding einfach mal gar nicht schießt. Damit könnte ich vielleicht auf irgendwen werfen. Das ist aber auch schon das Maximum, Alter. Jetzt laden wir... Alter, bleck mich. Was soll denn das? Au, au, ja, jetzt. Toll. Verdammt. Ja gut, wenigstens schießt es so alle 5, 6 Versuche mal. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Na gut, dafür muss man jetzt keine 2,90 Euro ausgeben. Das Ding kann man auch getrost einfach mal, zack, in den Mülleimer schmeißen. Ich werde euch das Teil auch nicht verlinken, weil das ist definitiv Müll gewesen. Ich wünsche euch, auf jeden Fall aus meiner Sicht Müll gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Tschaui. Tschaui. Tschaui.